Guten Tag, meine lieben Zuhörer, willkommen mal zu meinem, haha, Medley. Ja, es geht direkt los. Viel Spaß. Du bist nicht interessant, darum sprich mit der Hand. Nun muss ich leider sagen, meine Hand ist eingeschlafen. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist. Wer in meiner Bombe deiner ganze Scheißszene fickt, ich tue das doch nur für Gottes Gnade. A-Doppel-T-N-T-Doppel-A-T. Für euch Kinder ist die Welt noch groß und strahlend. Regiert von Fabian Wesen, Bicky Maus und Osterhasen. Du bist zurückgeblieben und scheinbar krank, lass mich dich mal schocken. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Hallo, du solltest mit das Reden überlassen? Bitch, sonst werde ich dich mit Käse überwachen. Versuch mit deinem Mobiltelefon mal die Bullen zu rufen, die mich in den Zelle befinden. Und doch, deine Mutter ist ein Vogler. Englisch, Lehrer, Gespenster, Jäger, Entertainer, Senfbeträger. Ich war Judo-Kämpfer, U-Boot, Lenker, Fluglotsen, Arzt, Schulgroßhändler. Fangster am Krasse, Tankwagenfahrer, Landkartenmaler, Anglerberater, klar. Computer, Spieler, Tester, Schulkantinen, Bäcker, Flugmaschinen, Chefgesuchter, Kriegsverbrecher, Buchkapitel, Texter. Bist du wahnsinnig? Ich will jetzt Cash haben. Will dich Leuten so vertrauen, wäre ich kein Geschäftsmann. Du willst, dass ich dir einfach was gebe? Du bist witzig. Gib mir jetzt die Kohle auf die Hand oder fick dich. M-Side-Stimmung ist für jeder zum Sünder. Wer noch lebt in dem Trümmern, wird gerackt und geblendert. Staub bis zum Berliner Tor. Man hat Benzin verloren, brennender Viehtransport. Es kommt nicht wieder vor. Jetzt bin ich der Idiote, weil ich anders bin. Weil ihr euer Leben lang von mir in Angst verbringt. Der Standard klingt in meinen Ohren, krank und grotesk. Eure Denkweise wird von mir im Ansatz der Fett. Du mich aufregst mit deinem Belegmeich und deiner Kinderstimme. Nach 20 Sekunden ist beim Messer in der Drinne. Es ist wie immer mit euch. Cheatkindern, seid ihr in meiner Mannschaft? Werde ich zum Teamkiller, du Camp. Ich weiß, dass du hier wartest, das Auto ist. Aber lass der Granat mir kaum. Ich dachte letzte Woche, ich sparm mir den Weg um die Häuser, Blogs bestellt im Internet. Es kommt mit der deutschen Post. Vielleicht hört ihr noch. Ich steppe zum Briefkasten, doch es soll er wie mein Magen nach intensiv fassen. Ich steppe in die Steppe und ich zeig euch, was ein Hacke ist. Euer Gott, wir tun uns am in den Arsch gefickt. Terror on Stage. Wir sind die Haken, werfen keine Teddys in die Menge. Nein, wir haben Granat. Ich bin Taliban und hab den Talisman. Wohne im Hüstenstraße 69 in Afghanistan. Und recht, meine Motto, verschafft euch heim vor Ort heil. Wenn er mich besiegt, hat muss er ein Cyborg sein. Das ist ganz einfach, wir können nicht verlieren, wenn wir jeden Verlust als Erfolg definieren. Ich steppe in den Supermarkt und sage, sehr geehrte Schlampe, könnten Sie mir bitte eine Tüte geben? Danke, dann hätte ich noch gerne einen Arsch gefickten schicken. Sie sagen, fangen Sie doch bitte mal den Hohenzohle hin. Ich hab mir heute einen Gast in mein Studio geladen. Jetzt geht's ab, denn ich habe mit der Muse geschlafen. Ich habe deinen Schäferhund gegessen und verdaut. Ich hab ne harte Schale, doch darunter eine weiche Seite. Eingeweide, Empire get down, dein Partner echt war holen. Du bist absolut wie ein Arsch, denn ich paratet am Mund. Du bist ein armer Tropf, jetzt hast du Paraschmock. Geldautomat war nicht verpassen, denn du warst bankrott. Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase. Übermorgen kommt ein Kaliber vorbei, spielt mit den Lines und er schießt seine Rhymes. Und es ist Rotwein, für Alligator ist es Showtime, weil wir gerade auf den Thron steigen. Ein Schmerz, verzerrt es, gepeinigt ist Gesicht, ein entsetzter Blick im Moment des Stichs. Er hat es, realisiert man, hört das Opfersschrei. Mein Brieföffner, bollte es in dein Fleisch wegen Kartoffelbrei. Das ist Faulheit, aber kommt die Frau meines Lebens, mach ich ausreichend täglich, bauch meine Penis. Du warst Mike, doch du bist ein Kackbauer. Ich steppe zu dir, schlage dich und du hast Rushhour. Dann gibts Arschfix und ich zeige deine Matrix und Tipps im Bett, wie ob ich fix sie weg. Es folgt ein Ringkampf, ich fall, als ob ich Schwerter schwinge. Und du kannst nichts tun, weil ich härter ringe. Heißt du, musst färben, hurre durch meine Streitachs. Wir haben Gold, wir haben Gold. Straße war Gäste an, du siehst mich in Bord, ich hänge World Wide Web. Das ist kein friedlicher Ort, Opfer wag einen Blick auf die oberen Ränge. Schief, Respekt, ich bin Forenlegende. Hier ist mein Revier, hier wirst du abgezockt, mein Account, meine Videos, mein Space, mein Blog. Jetzt mal ehrlich, ich bin seit geraumer Zeit clean und brauche keinen Counter-Strike. Heute geh ich lieber an die frische Luft. Opa, lau' mich um, er ist echt, er ist er glaubt. Merkt ihr, mich zu wettern wäre schädlich und wer nämlich mit Haarschalt wird erschossen. Meine Beziehung ist ein Geben und Nehmen, ich gebe dir Penis und nehme den nächsten Bus. Hast du noch eine letzte Botschaft? Hm, hm, ah, okay, sechster Monat. Mensch, Glückwunsch, ich schreibe Grüße und daran beigefügt deinen Kleiderbügel. Zu Weihnachten krieg ich ein Eis am Stiel. Ich kenn deine Mutter, sie heißt massiv aus der Bahn. Ich habe dir Erlaubnis, ich bin Kronprinz. Und alle singen mit, wenn das Niveau sinkt. Wir können auch ein Snowboard nehmen. Willst du mit mir rodeln gehen? Vielen Dank, wirst du hören, Pimmelnasensalat. Yeah.